Hilfe! 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 So, jetzt gehen wir erstmal Holz sammeln, wie gestört. Wieso Holz? Mit Pflanzendinger. Ha? Warum Holz? Damit wir welche haben, wenn wir Knüppeln und so'n Scheiß herstellen müssen. Ich hab 400 Holz dabei, Mann. Wie hast du dir so viele Apo? Ja, vorhin. Aber ich war... Ja, hinter dir ist, glaub ich, ein dicker fetter Puma oder so, weißt du? Ja, was ist das? Sieht so aus, ja. Aber solange der mir nix macht, schmier sie mir auf. Nicht hingehen! Warum? Weil der sonst wieder unser ganzes Haus zerstört, Alter. Das ist ein Bär! Und? Alter, der wird dich jetzt weiter töten. Den holen wir uns. Den holen wir uns. Ne, den holen wir uns mit einer Achterachs nicht. Jetzt hat er dich gesehen. Ich geh weg. Wir sehen uns in der Hölle. Kommst du zum Haus? Ne, Mann. Du bist tot. Ja, warte mal. Ich hol mal meinen Pfeil und Bogen und schieße auf ihn, okay? Ich stelle nicht jetzt Pfeile... Pfeile... Ja... Ja, Mann, ich hab 16 Pfeile. Bist der, Bär? Du schon nicht. Bist du? Bist du? Bist du? Bist du? Bist du? Bist du? Oh, der rennt grad voll gegen den Baum, der hat keinen Plan, Mann. Ich schieße voll den Popo. Ja, ich hab' geschlossen, mach mal. Oh, der kommt wieder, oder? Uh, fuck. Oh, ich kann nicht rennen! Alter, warum kann ich denn? Schaf's nicht mehr? Alter, fuck, ab, Alter! Fuck, ab, Alter! Fuck, ab, Alter! Fuck, ab, Alter! Oh, der ist im Haus drin! Hilfe! Wie fängt es ab? Schicko wie viel aufgehört! Boah fuck ich bin tot! Ist doch noch im Haus! Mh mh Na toll! Ich bin von oben rein! Komm lass uns von oben rein! Boah der hat mich scheiße! Boah der hätte mich gar nicht sehen wie fuck der ne Boah ja man Du Wichsner wo ist er jetzt vom haus hallo das ist unser haus zum wichser ich hab nix mehr wie soll ich da jetzt rein da oben ist die tür zu hast du die tür aufgemacht oder warum kam der raus der wichser steht an seinem rucksack ich bin drin im haus er ist mein rucksack noch gar nicht die tür auf die an ins haus jetzt vielleicht kann schon jetzt von hinten hauen ja warte lass mich erst mal mich wieder aus ich hab nichts dran wahrscheinlich hat er mich jetzt renne ich weg in der hoffnung dass er mir nachher läuft ist er noch vom haus ne der läuft jetzt die treppen hoch von bild von oben rein als ich bin da der war gerade bei der tür gestanden hat er mich jetzt gewissen kannst du jetzt eigentlich rein oder er müsste vorn unten ja du bist schon drin ja ja ich bin schon drin wir haben ihn alter wir haben ihn was kann man es mit dem machen Krupp aus dem Nuss Krupp die Krupp die Krupp die Krupp nun werden mit einem Tag ist auch ein paar Montag so ja ich bin trägt etwas bei dir das stimmt und zu uns an ja auch fleisch feld alter die hoffen zeug gleich in die truhe rein oder den kühlschrank am besten weil sie in den kühlschrank in die truhe ne ich tue den kühlschrank gleich durch den kühlschrank gleich in die truhe